ja moin willkommen zurück zu rusted boss wir sind immer noch im lake unterwegs haben jetzt ziemlich viel erkundet und abletzt war wir die letzte waffe gefunden einen raketenwerfer der aber irgendwie gar nicht mehr so geil ist wir benutzen wie immer noch einfach die verbesserte rail die finde ich irgendwie mittlerweile ziemlich nice wir haben noch ein paar wege offen einmal hier unter uns und einmal ganz rechts genau und wir laufen jetzt schneller wir haben nämlich noch ein kapazitäts upgrade gefunden und mit schuhen lasst gerne ein abo und ein daumen nach oben da wenn es euch gefällt hier können wir noch runter ach so dass wir das ja da kommt man wahrscheinlich dann lang wo wir jetzt lang gehen würde ich behaupten kann ich runter ja dein kackwurmis gott scheiße jawoll heilung 15 gegner auf einmal direkt beim spawn okay ja hier nach rechts er ist genau neben uns wenn wir den dings betreten also weiter runter okay witz und spiel spielen okay ich sehe was was du nicht siehst ist das glaube ich du hast nur ein auge und es denkt fast dein ganzer körper besteht daraus es ist nicht wirklich klein oder das ist deswegen hast du keine freunde das ist deswegen hast du keine freunde jawohl wilde alter nach links das für ein raum gewesen und schon wieder hier können wir nach oben und nicht nach links oh ok Bro. Okay. Jawohl. Ähm. Moment. Wie? Hallo? Danke. Äh? Arso, voilà. Nein. Meine Fresse. Okay. Direkt nach dem Springen, Grappeln. Das ist der Schlüssel. Ach, da ist Wasser in der Mitte. Das sieht man halt echt schwer, oder? Okay. Es ist wieder nichts. Hä? Warum soll ich da lang gehen? Da ist doch gar nichts. Ey. Das ist nicht deren Ernst. The fuck? Was sind das immer für Wege? Oder sind da irgendwelche Geheimnisse und ich reile das nicht, oder was? Ist es so oft schon gewesen? Ist es dann nur, um die Map zu kompletieren? Einfach, dass die Räume nur dafür da sind. Alright. Was ist hier? Hier geht's hoch. Haben wir ja schon einmal gesehen. Äh? Mhm. Natürlich nicht. Ah, okay. So geht's easy. Aha. Hier können wir nach rechts und nach oben. Hörst du so etwas? Hört sich wieder Wind an. Hilfe! Äh, wow. Ein Wind, der sich, äh, so anhört, als ob jemand nach Hilfe ruft. Kommt, glaub ich, von über uns. Okay, dann gehen wir natürlich da noch nicht lang. Hier ist irgendwie... Die... Oh, gut Tag, kleiner Mann. Hallo? Na? Abby. Das Wasser ist, äh, so viel besser now. Das Wasser ist so viel... Ist jetzt so viel besser. Danke. Äh, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Äh, hier. Ich geb dir das. Das hab ich aus Versehen verschluckt. Okay, Lore. Okay. Als die Menschheit ihre großartigen, ähm, ähm, äh, Eilentracks, also Tierzug... Mir fällt das Wort nicht ein. Ne, die Zugverbindungen baute, die die ganze Welt umspannten. Ähm, ähm, hat unser, äh, wurde unser Griff um ihre Welt schwächer. Eisen, Metall, ähm, okay. Äh, anstatt weiterhin gegen die Menschheit zu kämpfen, wurde ein Deal geschlossen. Wir sind, äh, zurück nach Elfheim gegangen. Äh, lass die Zeit... Lass das Zeitalter der Menschen beginnen, weil Eisen rostet, Menschen sterben. Wir sind, äh, Immortal, also wir sind unsterblich. Mhm. Können wir hier runter? Ne. Man konnte auch schon vorher zu der anscheinend... Dann hätte die einem die Quest gegeben, den... Wie soll man denn hier hoch? What? So? Pfff. Ups. Äh. Ne, da muss man von oben hin... Ne, aber dann hätte es doch diese... Dieses Gespräch gerade nicht gegeben. Oder wir haben halt irgendeine Fähigkeit nicht. Hm, 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 hm. Keine... Also, ne. Wenigchen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann können wir hier noch nicht weiter. Und wir müssen wieder zurück. Yay, weil hier ist kein Teleporter. Okay, Moment. Forest Café ist, glaube ich, am schnellsten und am einfachsten. Zweimal hoch und dann einfach nach rechts. Genau, die Living Quarters. Bang. Und hier zweimal hoch. Ja. Blup, boing. Ha, 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 ha. Und nur nach rechts laufen. Hier war der Bossfight gleich. Mit Maya, unserer Schwester. Jupp. Da, 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 da. Ah. Wir sind schon zu weit. Denn... Hier können wir runter. Ja. Bang. Wie auch immer man da hochkommen soll. Ah, so. Alles klar. Für Lore. Mhm. Geil. Kinder, nehmt euch in Acht vor dem Changeling-König. Ähm. Er nimmt euch mit in sein Räuber-Königreich. Fieftem. Was weiß ich. Er nimmt euch mit und er führt euch in das Königreich von seiner bösen Königin. Äh. Wo ihr... Wo ihr, ähm, Süßigkeiten und Sirup essen sollt. Bis eure, äh, Zähne verrotten. Okay. Ja, es sind halt alle diese ganzen Feen. Fairytales sozusagen, ne. Hier. Können wir nur von der anderen Seite hin. Okay. Ja. Was? Oh Gott. Ach, so einer natürlich. Ey. Bro. Mein Gott. Die sind ja voll eklig. Äh, wir gehen speichern. Speichern. Hui. Den Kampf will ich nämlich nicht nochmal machen. Oh Gott. Ups. Kriegt vier Schaden, wenn man da runterfällt. What? Was? Oder was war das? Egal. Wer seid ihr denn? Hallo. Eines Nachts, ähm, haben wir Lords und Ladies, äh, in, wildtanzend im, 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 im Wald gesehen. Äh, mit ihren, mit ihrem Gelächter haben sie uns, äh, eingeladen, auch mitzumachen. Ups. Aber wir, wir, wir sind in ihren Kreis gegangen und haben einfach die ganze Nacht getanzt. Ähm. Wir haben uns nach Elfheim mitgenommen, wo wir bis jetzt geblieben sind. Wir haben ihr, ihr Essen gegessen, getanzt und gespielt. Bis unsere, ähm, bis wir, ähm, bis wir festgestellt haben, dass unsere Haut grün geworden ist. Eine, eine Nebenwirkung der Küche? Äh. Wir, wir sind aus, wir sind zurückgekehrt aus dem Land mit einer anderen Fee. Äh, sind, seit das, äh, seit das Zeitalter der Menschen endet oder giving way? Weiß nicht, was das bedeutet. Jetzt erinnern wir unsere Leben von vorher. Äh, und unsere Vergangenheit war so langweilig, oder was? Ähm, jetzt, wo wir wieder menschliches Essen, Essen und, ähm, diese Luft atmen, wird alles so wie früher. Oder, oder verändern wir uns zurück? Und das Leben in Elfheim fühlt sich nur noch, ist sehr verschwommen. Äh, selbst Menschen werden verändert, von, werden von Elfheim verändert, wenn sie zu lange da sind. Die meisten Menschen, äh, sind da hingekommen durch ein, durch einen Unfall oder sie wurden entführt von Feen. Und manche wurden uns gegeben. Manche, wenn, manche Menschen haben Feen Butter gegeben, manche Menschen haben Feen ihre Familie gegeben. Okay. Hier, die geben uns aber nichts, alles klar. Hm? Nein. Ach Gott. Jawoll. Äh, einmal hoch. Okay, hier bist du wieder. Aber du bist mir egal. Gehen einfach weiter. Oh Gott. Bist mir auch egal. Oh, wer bist du denn? Ach, die Seherin. Oh. Gut, gut, dich zu sehen, Changeling. Ich kann die Kraft von den, ähm, teilen, die du für, die du bei dir trägst, spüren. Gib sie mir und ich kann deine Queen, deine Königin wiederholen. Ich hab sie noch nicht alle. Wir brauchen sie nicht alle. Es ist nicht ihr Körper, der wichtig ist, sondern ihr Geist. Wenn du genug hast, dann kann ich sie benutzen, um ihren Geist wiederzubringen. Äh, nee, noch nicht. Hm. Okay, ich glaube, du hast, die fehlen noch welche. Oder, also, hä? Sufficient pieces. Äh, ein, ein, äh, ein Stück ist ein L-Fame, okay. Wie unten in Barrow's Ceiling, ähm, ist eine Tür zu L-Fame, okay. Passwort für die Tür, okay. Foto? Foto, Foto, das wird ja nirgendwo aufgeschrieben in dem Spiel. Nein. So. 3, 1, 4, 2, 4. Okay, ja, ja. Okay, nach L-Fame. Und hier ist ein Teleporter. Sehr schön. Einmal kurz gucken. Hier. Aha. Ah, da ist die Verbindung nach links. Was ist hier? Okay. Hm. Was ist hier unten? Ah, hier ist direkt die Tür. Okay. Okay. Na gut. Äh, ich würde sagen... Boah, wo gehen wir hin? Hier, guck mal hier. Okay. Das sieht ekelhaft aus. Für irgendeine Upgrade oder so. Ja, Feen-Silber. Sehr gut. Neb, jeb, jeb. Autsch. Äh... Direkt speichern gehen. Dann haben wir vier Feen selber. Noch zwei noch, dann machen wir noch mehr Schaden. Hier können wir nicht lang. Hoch. Okay. Was haben wir hier? Können wir auch nicht lang. Dann gehen wir einmal nochmal nach rechts. Okay, da geht's weiter. Hier ist Ende. Kann man wieder nicht wissen. Oh. Mann. Komm. Das ist echt schwer, das... den Übergang. Boah. Mann. Oh nein. Das war komplett scheiße. Wohl. Oh. Oh. Okay. Oh geil, wir sind wieder unten. Haben wir? Wir müssen das haben, ne? Okay, wir gucken mal, ob wir es wirklich haben. Yes. Können noch einen Dreier reinmachen. Okay, warum sind jetzt hier Fragezeichen? Weird. Warum ist das alles so dunkel? Haben wir noch einen Dreier irgendwie? Hier. Homing Bullets, die irgendwie... Das irgendwie aber auch nicht wirklich was macht. Da oben ist auch ein Speicherpunkt. Oh, okay. Stimmt, haben wir doch gesehen, ne? Ich bin auch blöd. Ah, nee. Komm nicht hin. Ja. Hier rechts. Okay, warten. Okay. Nochmal warten. Nochmal. Nope. Nein. da muss ich länger dranbleiben yes okay man yes na klar weißt du was ach so das sind spinnweben sein ah oh yes oh danke okay ich würde sagen wir machen hier Schluss und schauen uns hier beim nächsten mal weiter um nicht wahr zwei fehlen silber noch hoffentlich finden wir die das wäre geil noch mehr schaden mehr schaden gleich mehr gut äh danke für das einschalten ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen daumen hoch und ein abo da wir sehen uns beim nächsten mal tschüssi das wir sind jetzt wir sind das